Ich bin der Angleitner Kettl Johann, ich bin der Geschäftsführer von der Bioenergie Asbach. Mit meinen Kollegen Bernhard Zeidl und Schachinger Franz betreiben wir die Anlage. Das Unternehmen wurde 2005 von neun Landwirten gegründet. Auf unseren Höfen daheim erzeugen wir die Biomasse, die Nachwachsädenrohstoffe, wie man sagt, Navarro, mit der wir die Anlage mit Substrat versorgen. Wir setzen so 8.000 Tonnen Biomasse und 5.000 Tonnen organische Abfälle ein, die wir zu Biogas vergären. Das Tintone als Rohstoff für unseren Jembacher 312F. Die Bioenergie Asbach nutzt seit 2005 die technischen Lösungen von Injo Jembacher. Seit dieser Zeit haben wir mit unserem Motor mehr als 150.000 Betriebsstunden absolviert und eine sehr gute, verlässliche Partnerschaft mit dem Jembacher Team in dieser Zeit entwickelt. Bei der Auswahl und der Entscheidung für den Austausch von unserem Motor bei unserer bestehenden Biogas-KWK-Anlage waren da ein paar Kriterien Ausschlepp gegeben. Das ist eine robuste und langlebige Technik, die sichern in Betrieb gewährleistet. Und genau die Kriterien waren es dann, dass wir uns für den neuen Biogas-Motor J312F. Das ist der Motor der neuen Generation entschieden haben, weil er hat geringe Betriebskosten und die ersten Testmonate oder bei den ersten Laufzeiten haben wir festgestellt, wir haben eine Steigerung von elektrischem Wirkungsgrad und zugleich haben wir eine sichere Bereitstellung der elektrischen Energie und der thermischen Energie, die wir für unser Heutzweck benötigen. Seit der Inbetriebnahme sind mittlerweile 78.000 Megawattstunden erneuerbare Energie mit unseren Motoren für die Bioenergie Aspach erzeugt worden. 2020 wurde Bioenergie Aspach einer der ersten Kunden weltweit, der unseren neuen Baureihe 3F Motor installiert hat. Die Baureihe 3F bietet die gewohnte Zuverlässigkeit, dieselbe Robustheit wie die Vorgängerversionen mit dem Vorteil eines wesentlich höheren Wirkungsgrades, den höchsten Wirkungsgrades seiner Klasse. Wir haben eine 17-jährige Erfahrung mit dem Jembocher und die größten Vorteile in der Zusammenarbeit mit dem Jembocher sind, sie sind zuverlässig, sie haben ein engagiertes, motiviertes Team, sie sind an der 24 Stunden Rufbereitschaft und sie haben eine Technik, auf die man sich verlassen kann. Und sie bleiben nicht stehen, sie machen immer wieder neue Energielösungen und das zeigt nur den neuen Motor. Und durch die Partnerschaft haben wir auch die Lösungen vorher schon vorgestellt bekommen und haben darauf vertrauen können, dass das, was sie anpacken, auch funktioniert. Also ich finde eine perfekte Zusammenarbeit.